Ein Mercedes-Benz B160 ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in dem silbernen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 30.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Ende 2009. Die Limousine bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Navigationssystem, Bluetooth, Tempomat, Regensensor und vieles mehr. Das Automatikgetriebe überträgt eine Leistung von 95 PS. Der angegebene Verbrauch liegt bei 6,9 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen.